Willkommen! Ich habe heute ein Bequemlichkeitsschnappchen für Sie und zwar einen Dreisitzer namens 4798 von Himmela mit zwei elektrischen Sitzen außen und einem manuellen Sitz in der Mitte in einer Komfortstufe, die ich selbst noch so nicht erlebt habe. Sie sitzen hier wie in der ersten Klasse Flugzeug, schon so. Jetzt zücke ich die Fernbedienung, diese haben sie hier und da und da tippe ich auf diesen Knopf und dann kommt die Fußstütze raus. Bisher, ja, toll, aber noch nicht so überragend. Ich bleibe drauf, dann geht der Rücken nach unten und jetzt muss ich sagen, hole ich mir noch das Kopfteil vor, jetzt muss ich sagen, bah, irgendwie einzigartig im Komfort, also Hammer, 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 geht bis soweit. Ich mache mal diesen Sitz wieder zu, zurück. Sie bleiben einfach auf dieser Taste, dann geht alles zurück. Hier oben können Sie es dann auch noch einzeln einstellen, aber easy going ist angesagt, der Mittelsitz kann das auch, nur mechanisch. Ich ziehe hier, das ist der Rücken, ich drücke, kommt das Fußteil, oh, ich stoße hinten an, ein bisschen aufpassen. Was hier so gut ist, ist die Sitzauflage, weich und trotzdem fest. Und hier habe ich dann wieder meine elektrische Verstellung. Ich muss immer wieder sagen, unglaublich dieser Sitz. Also wenn Sie wirklich den besten Sitz wollen, Optik, okay, nicht schlecht, aber wäre jetzt nicht unbedingt mein Ding. Aber der Sitzkomfort, auch praktisch die Taschen zum Weinstecken der Fernbedienung, also ist diese eben aufgeräumt. Hier sehen Sie die auch. Unglaublich. Top. Ich schwärme nicht, um es Ihnen zu verkaufen, sondern weil es wirklich so ist. Wenn Sie was suchen mit dem besten Sitzkomfort, den ich im Moment kenne, dann ist es das Modell 4798 von Himmelaar als Dreisitzer in Leder Quark. Quarken Sie zu, äh, schnappen Sie zu und tschüss.